Quillin. Hunter ist nur einer drinnen, glaube ich. Äh, der eine Typ bei mir, Hunter, meinte, er hätte die Polizei gerufen. Ja, dann soll er doch. Ja, und? Die haben Drogen verkauft. Hermann, was kommt denn für ein Fazit Kinderdier? So weiter. Äh, wer ist noch in Dingens, in Telos? Ja, ich. Ich komme scheiß drauf. Scheiß drauf. Hast du es eingezahlt? Ja, wir kommen. 450.000, Junge. Ja, reicht doch. Wir haben jetzt über 1,3 Millionen. 1,1 Millionen. Sehr gerne. User, join your channel. Äh, Jungs, was ist mit Moritz los, Alter? Warum ist der pisst? Ist der pisst oder was? Der ist richtig pisst, Alter. Ja, weil wir ihm gesagt haben, dass wir keinen Bock haben auf, äh, Phantom kooperieren, blablabla. Wir haben nur unsere Meinung gesagt. Hier oben, guck mal, hier oben. Er muss er sich mit abfinden oder nicht. Oder sollen wir das hier auch schon sagen? Ja, ne, komm mal. Wir haben, also wenn er jetzt scheiße Mund rauskommt mit Überfallregeln und sowas, dann macht Felix einen eigenen Clan wieder auf. Ja, und dann geht uns ziemlich... Komplett eine andere Gang. Hä, wenn scheiße morgen rauskommt. Ja, wie heute so, dass wir mit Phantom kooperieren sollen und nicht... Ich habe keine Ahnung, erklärt mal bitte. Guck dir in die WhatsApp-Problem. Mann, die haben dann scheiße geschrieben, dass ich Phantom... Robert hat mit Phantom geredet, dass sie keinen Bock mehr darauf haben, dass sie abgefuckt sind von uns, dann ist es halt so, bitte, äh, Überfallgang mit Rebellen-Gang, wir überfallen jetzt Leute, dann sollen die haben... Tim, Tim, warte mal, Tim, lande mal bei uns, gib uns mal Dietrich. Wir holen den, machen den Hemmler auf, weil das locken noch 600.000. Ja, äh, der Typ meinte, er könnte auch einfach raus, rausgehen und das verkaufen. Ja. Ey, warum sollten wir in der Gruppe abmachen, Alter? Ja. Natürlich, weil dann sind wir die los. Warte, warte, warte. Die sagen, die wollen mit Phantom chillen und so, dann können die das mal machen. Ey, das ist nur ein einziger, das ist Moritz. Ey. Dave will das auch. Na, Dave ist nie da, also Dave hat... Mit Tralien spielt so. Ja, gib mal Ausweis. Ey, das geht auch so. Ne, ne, jetzt nicht mehr irgendwie. Also, bei Items nicht, bei Geld schon. So. Jawohl, perfekt. Und los. Let's go. Oh, Alter. Aber das war jetzt mal relativ gut, wenn man verteilt. Ich hab den einen Typ immer noch bei mir im Hunter. Echt jetzt? Wenn die Polizei kommt, sagt, wir erschienen, wenn die nicht weg waren. Mit Internet X noch arm, ne, bisschen, mein Ausland zu. Ja, ne, übrigens, du, die, also, eben auch schon, eben. Der beleidigt erst mal uns und sagt, schon wieder die fucking Wals, Alter. Ja, vor allen Dingen, der Typ sagt auch noch, äh, hier von wegen Out of HP, äh, gestern hier, äh, von wegen Willens gefragt, ob ihn der Phantom-Belde ist. Ja. Ja. Ja, der ist ja jetzt wegen der RC halt. Äh, es ist richtig. Der, so, auch immer wird dieses Kalaschentrum, oder was? Oh, was ist denn hier los? Ich bin aufgekommen. Oh, mein Mann geht! Okay, wir können wieder wegfahren, oder? Wie viele Kopf, sieben Kopf? Ja, sieben kommentieren. Nein, oder? Warte mal. Nee, nee, nee. Sicher nicht, ich kann es nur helfen. Ja, warte, ich geh hin und knack den LKW. Ich mach mal eine Waffe in den Rucksack, okay? Machen wir die Tür auf? Die Kopfstechnik ja auf jeden Fall nicht helfen. Wenn sie mich noch weiter nerven, steck ich ihm gleich eine Socke in den Mund, ey. Das wär echt mal geil, wenn das gehen würde. Waffe ist im Auto, gell? Kommt der Quinny zu mir? Du kannst mir einfach muten, wenn du sagst Socke im Mund. Ähm, warte, wer ist der Hunter, der grad zu mir kommt? Oh, ich bin gefahren. Äh, könnt ihr sehen, wenn der... Hermann, Hermann. Hermann, pass auf, dass der Quinny, der Quinny kommt zu mir, der Quinny kommt zu mir, oder? Leute, ihr müsst sagen, wenn jemand direkt zu mir kommt, da rennt ihr... Ja, wir stehen beide bei uns, genau bei uns. Einer läuft jetzt grad zum Dingens, zum Hammett. Zum Hammett, dahinter bin ich. Nee, 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 der eine steht am Quinny und die anderen beiden stehen... Ich red kurz im Burser. Oh, ich rede hier die ganze Zeit, Alter. Pedro, gib mir den Schlüssel, bitte schnell. Ich muss mein Gilly ausziehen. Kopf kommt, glaub ich. Kommt, kommt ein Kopf? Nee, 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 einer ist ins Gerät eingestiegen. Jetzt kommt ein Kopf. Jetzt kommt ein Kopf. Pedro, trade mir schnell den Schlüssel. Schnell, Pedro. Schnell, Pedro. Schnell, Pedro. Schnell, Pedro. Felix? Wo seid ihr? Ja, ich rede wohl im Kopf. Okay, gut. Beuys, wo seid ihr? Hermann? Ja, wir sind vom Grund, dieser... du... äh... Tilos. Ja, wir sind vom Grund, dieser... äh... Tilos. Ah, okay. Hier am Flughafen steht ein Gerät. Ich glaub, der möchte verkaufen gehen oder sowas. Lass stehen, ja. Lass mal den Reifen vom Kopfkühlen kaputt schießen. Ach ja, Tim. Ja? Hunter, lass mal den Hunter offen. Äh, 100k heute. Ne, 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 Robert. Robert hat den hier die ganze Zeit geflippt. Lass mal offen, ich muss glaub ich gleich einspringen, wenn er jetzt was sagt. Aber Robert, ich kann nichts dafür. Lass mal offen, genau. Ich war halt als, ich war halt als, als Pilot drin, aber... Robert hat halt die ganze Zeit auf Flip-Hedi gedrückt. Und irgendwann hat der Heli halt so rumgebackt, oder weil Robert halt so oft gedrückt hat, dass der Heli sich einfach komplett geflippt hat und halt echt einmal umgedreht hat. Und da bin ich explodiert darin. Ja, muss von mir halt 900k geben. Ja, Robert ist ja auch hier. Robert? Ja? Ach, da bist du, lol. Ja, 900k, Robert. Wie 900k? Ja, Heli. Diga, hol dir den From Support wieder. Äh, nein. Du hast die ganze Zeit auf Flip gedrückt, Digga, jetzt. Ich will den From Support wiederholen. Ey, wie sollst du das machen? Äh... Die haben den abgestellt, jetzt ist der nicht mehr in der Garage fertig. Ey, da geben die den nicht zurück. Noch? Nein. Ich hab schon aufgeholt probiert, das machen die nicht. Ich geh heute nicht. Ach man, muss ich dir jetzt 900k geben? Ja, später kannst du auch. Okay. Hauptsache gibts in mir. Super, toll, angefangen, ey. Boah, ey, kannst du nicht zur ersten Fahrstunde mal in die... Verlust, 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 los, los. Ja, Papa, aber... Jetzt ist Petro im Arsch. Alter, Leute. Es war so geil. Ich die ganze... Robert, du bist das. Ja. Robert, ich die ganze Zeit so geredet. Der Kopf wird, glaub ich, schießen. Der Kopf ist dann zu mir. Ja, das ist eine Straftat, was die da gemacht haben. Ich sag, ja, ne, ich wünsch ihnen dann noch hier bleiben. Hier bleiben. Und einfach reingestiegen in den Hunter und los. Äh, Petro, stehst du da rum? Ja, er redet mit denen. Er redet mit dem. Ja, Hermann, bleib du mal bei ihm. Hast du dem Ausweis gezeigt? Äh, oh, hier ist einer bei mir. Hier ist einer bei mir. Kommt bei mir, kommt bei mir. Ey, was schießt die auf mich? Geht's noch? Haben sie einen weg? Er hat auf dich geschossen. Ob sie einen weg haben, hab ich gefragt. Robert, bleib in der Nähe. Sie packen jetzt mal ihren Taser da weg. Fahr mal hoch zu Tim. Ja. Ja, ich hätt sie jetzt auch schon umschießen können. Ich hab Angst hier. Ihr habt grad in den Spiel getappt. Ich bin getappt hier. Ja, warte, 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 warte. Nein, hör auf, die werden dich jetzt vergewaltt. Beste Ausrede. Sie gehen verweck, Sie gehen verweck, ich geh weg. Sie sind hiermit vorläufig festgenommen. Ja, Melbourne hat mich festgenommen. Guten Tag. Nein, Hermann fährt schon hoch. Sie müssen schon damit rechnen, dass auf sie geschossen wird, wenn sie mich nicht freimachen. Fahr da hoch. Leute, stehst du im Auto? Das geht auch einfach. Wir können's auch auf die schwere Tour machen. Mensch, ich steck dir jetzt den Sucke im Mund. Jetzt nehmt mich doch nicht einfach so mit. Die nehm ich mit, die nehm ich mit, die nehm ich mit. Ja, das macht die Ansage. Was haben die, was haben die, was haben die? Ja, okay, nehmen sie sich mit und es wird auf jeden Fall auf sie geschossen. Damit können sie hundertprozentig rechnen. Ich hab sie vorgewarnt. Wenn sie mich nicht freimachen, dann wird auf sie geschossen. Ja, 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 ich hab verstanden. Ja, gut, wenn sie es verstanden haben. Direkt rausschießen, direkt rausschießen. Direkt rausschießen. Schieß, 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 schieß. Schieß auf sie. Wo lang? Schieß auf Melbourne, schieß auf Melbourne. Wollen sie nicht hier weg? Was ist los? Kommen sie doch rein. Rausschießen, rausschießen. Schieß dann weg. 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 Der kann sich nicht umdrehen. Junge, ich bin im Queenie. Jetzt rettet mich jetzt. Was macht die denn da? Hau weg, hau weg. Von wem wurdest du denn? Von Kops. Junge, die fahren einfach weg. Schieß, 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 schieß. Sind auf dem Weg. Kannst du da aus dem Queenie ballern? Wer schießt? Bleiben sie doch einfach stehen. Bleiben sie einfach stehen, das ist einfacher. Pass auf, es passiert ihnen nichts, wenn sie einfach stehen bleiben. Für mich vielleicht einfacher, aber nicht für uns. Ja, ich sag's doch wirklich. Das Feuer wird eingestellt werden. Gucken wir mal. Sie sind gleich auch weg. Halten sie einfach an und dann sind sie frei. Dann können sie wegfahren. Alles klar. Sorry. Was? Du warst nicht festgenommen? Du warst nicht festgenommen? Ich war festgenommen. Ich weiß nicht, warum ich drauf, warum ich gestorben bin.